Aaaaaaah! Wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Gibt es noch eine Bank, der man vertrauen kann? Eine Bank mit fester Absicherung? Keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Und keiner hat gesagt, dass am Ende jeder zufrieden ist. Aber wer kann das schon? Parkbank, die Bank an ihrer Seite! Können Sie das für die Nachbarn annehmen? Die sind gerade nicht zuhause! A**** Lando, schrei vor Glück! Es war ein normaler Tag im Park, als plötzlich dieser Junge auftauchte. Er nahm etwas komisch Schimmerndes aus seiner Tasche und band es sich um seine Hand. Danach machte er komische Bewegungen auf dem Boden, als würde er tanzen. Stand auf, schlug ein Rad und ging davon. Doch es blieb eine Frage übrig. Wo hat er nur diesen BH her? Gefunden auf Olaf.de Deutschland macht den HD-Check! Komm mal mit! So! Schönen guten Tag! Haben Sie einen Fernseher? Ja! Und Sie schauen auch in HD? Ja! Aber wenn Sie die privaten Sender sehen wollen, dann haben Sie kein HD mehr, oder? Doch! Ich habe vor einem Monat bei Ihnen gebucht! Achso! Dann noch einen schönen Tag! Wieso sagt das denn keiner von... Mein Video ist echt das beste, beste Videoportal ever! Grischi, iss'n Snickers! Wieso? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva! Besser! Besser! Snickers und der Hunger ist gegessen! Die Tür ging nicht auf! Wer guckt heutzutage noch... Der Nachbarn! Scheiße! Scheiße! Jo, meine lieben Freunde! Das war's mit unserem Video! Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch! Hier gelangt ihr zu unserem letzten Video und hier zu unserer letzten Challenge! Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt! Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Dienstag! Ciao!